Was geht ab Mann und Siefalter, Ozan hier und wir Great Apes haben in Doka Battle einen Buff erfahren, das wisst ihr ja bereits, dementsprechend werden wir uns das ganze heute ansehen und dementsprechend bin ich auch im Werfenmodus heute, weil ich einen Buff erfahren habe, aber jetzt muss ich mal schauen, ob ich alles sehe, nicht nur die Great Apes haben einen Buff erfahren, nämlich auch an sich alle Charaktere, die sich im Kampf zu einer Giant Form transformieren Wir werden uns erstmal das Great Ape Team ansehen, im Fokus auf Thales und Vegeta, die sind auf 100%, wir werden es für einen Charaktere machen, wenn sie sich transformieren und dann werden wir uns auch angucken, ein Szenario mit Tech Virus, der hat ja auch diesen Rage Modus, aber auch Super Saint Rage Vegeta, die Sache ist folgendes, was ist denn dieser Buff? Nun, ein Buff ist zum einen eine Verstärkung und speziell bei den Giant Form Charakterien ist das nun der Fall, beziehungsweise heißt das, dass sie, wenn sie jetzt nun in ihre Giant Form gehen, sie auch vom Dupe System profitieren, heißt sie bekommen die Dupe System Stats, sie haben die Chance zu Crittern, Additional Attack zu starten, zu Dodgen, je nachdem was sie haben Dementsprechend lasse ich mal das Szenario vorbereiten und dann schauen wir uns die Great Apes an Alles klar und wir sind im Boss Asch Event und hoffen natürlich, dass sich hier entweder Tapion, Vegeta oder Thales sich in ihre Giant Form transformieren, denn von diesen beiden haben bei mir ein Dupe System, also profitieren vom Dupe System, sage ich mal hier an der Stelle Und von denen können wir dann auf jeden Fall was sehen, wir gehen jetzt auf 100%, Tapion hat bei mir ein Dupe, Thales ist auf 100%, aber der Friend Tapion war auch auf 100%, erstaunlicherweise habe ich einen gefunden, wirklich sehr cool Und genau, da bin ich wirklich drauf gespannt, Freunde, ob das Ganze hier triggert, wie das triggert, die Sache ist folgendes mit diesen Giant Transformationen Die Beschränkungen, oder die Bedingungen, um es jetzt zu sagen, ist bei jedem Charakter anders Die Great Apes zum Beispiel, die haben einfach eine Chance, sich in einen, während des Kampfes, sich in ihren Great Ape Status zu verwandeln Bei Tapion muss die HP 50% und drunter sein, damit er zu Hildegrand sich transformiert Ähm, genau Moment, bei Rage Vegeta zum Beispiel, der muss Machen wir das Ganze mal so Rage Vegeta muss Boom Da muss die HP 30% oder drunter sein, wenn mich alles täuscht war, 30% und drunter, dann wird er in diesem Rage Modus Beerus, glaube ich, ebenso Und durch Tapions Seederskill bekommen diese Giant Formcharaktere, die in der Kategorie sind, Key Plus 3, auf jeden Fall von 150%, aber bekommen noch zusätzlich die Die Chance, sich in ihre Giant Transformation oder ihre, ja, Giant Transformation zu vollführen Ähm, also die maximale Anzahl, die, die, die sie, die sie vollführen können, bekommen sie plus 1 Was heißt das? Das heißt zum Beispiel, mein Vegeta hier, der hat durch seine Passive schon von sich aus die Chance Zweimal sich während des Kampfes zum Great Ape zu verwandeln Und durch Tapions Seederskill bekommt man, die Max, wird die maximale Anzahl dieser Chance erhöht, also hat er dreimal die Chance, sich in einen Great Ape zu verwandeln Genau so viel dazu, Freunde, und wenn euch das Ganze bisher schon gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da für unseren Great Ape Pass Und falls ihr in Zukunft nichts verfassen wollt, lasst auch auf jeden Fall ein Abo da Jede Unterstützung Seedanwäsche und ich bin über jeden natürlich dankbar und freue mich darüber, Freunde Und für meine OZ-Fighter, meine OZ-Fighter Heute sind wir aber in Great Ape Modus OZ-Fighter, wie ist mein, wie findet ihr mein Bart, wie findet ihr meine Haare Meine Haare extra gestylt nach hinten, bisschen wie Ähm, wie heißt der Dude Hab seinen Namen vergessen jetzt, aber macht nichts Wie Krokodilo Krokodil aus Vampires, jetzt ist mir eingefallen Aber es ist übertrieben heiß unter der Maske Egal, wir ziehen das durch Wir haben heute einen Buff bekommen Und den müssen wir uns zeigen hier Ja Aber, Buff hin oder her Legit noch keiner hat sich transformiert Jetzt aber Ja Mein Boy Vegeta, genau Perfekt, bei dem wollten wir es sehen Oder bei Thales oder Tapion Ist egal bei wem Nämlich Ihr merkt schon Wenn sie in diesem Status sind Dann bleiben sie in dem Status Beziehungsweise sind nur sie auf dem Feld Andere Sache ist Ich zeig euch mal Boom Der profitiert jetzt vom Dude System, Freunde Seht ihr das Das war früher nicht so Boom Der hat eine Chance zu kritten Äh, Edition Attack zu starten Let's go Jetzt bin ich gespannt, was für einen Schaden der raushaut Und die Sache ist auch die In dieser Form bekommen sie keinerlei Schaden Seht ihr Also, klar, unsere Gegner greifen zwar an Aber wir bekommen keinen Schaden Wir sind quasi immun Immun Tapion tut das ganze dodgen Der tut quasi Die Great Apes bekommen keinen Schaden Ah, leider kein Crypt Edition Attack Wir wollen Dupe System sehen Vegeta Ah, da war ein Crypt dabei Und Edition Attack Perfekt Danke Vegeta Danke Vegeta Oh mein Gott Und ihr merkt schon Wenn die mal loslegen Wenn die auf ihre Key kommen Das Problem ist Die müssen schon auf ihre Key kommen Das Feld muss stimmen Für die Ulti Aber wenn sie das machen Ist RIP Beziehungsweise Der Dude legt gerade richtig gut los Dann fliegen die Edition Attack Da fliegen die Crits Und die Sache ist auch In dieser Form Wenn sie die einmal erreichen Bleiben sie mindestens zwei Runden Da ist noch eine Chance Auf eine dritte Runde Aber mindestens zwei Heißt Nach dieser Runde Hätten wir uns D-Transformiert Es sei denn Wir hätten auch eine Chance bekommen Für eine dritte Runde Genau das Und dann Kritte hinterher Nice Freunde Seht ihr Wenn das mal passiert Das Team Die haben wirklich Geilen, brutalen Buff bekommen Das ist übertrieben gut gemacht Ich hiebe mich mal Weil Ich nix ohne vielleicht Die Chance habe Thales Ähm Ja Gegen Thales Hier Das ist Thales Transflicht besser gesagt Aber ihr merkt schon Der Buff hat ihn richtig gut getan Davor War es so Wenn z.B. mein Vegeta Oder mein Thales Auf 100% Der war Nicht-Transformiert Besser als In seiner Giant Ape Form Jetzt ist das nicht mehr so Und so sollte es eigentlich nicht sein Weil davor haben sie Diesen D-Hypsel-Zimbach Nicht bekommen Jetzt bekommen sie ihn Und ihr merkt schon Die können auf jeden Fall Gut was rauslaufen Und auch hier haben wir 900.000 für unseren Boy Vegeta Auf 100% Mit seiner Passive Er tagt man das 6% Wenn die HP 80 Und drunter sind Glaube ich Das war heiß Und der Penner hat uns hier Gezielt an der Stelle Wenn es jetzt auch Thales transformiert Oder Tapion Dann wäre es auf jeden Fall Nice Tapion Wie gesagt muss 50% Oder drunter sein Thales will heute nicht Thales will heute nicht Wir machen mal das Bardock Event fertig Freunde Und dann gehen wir rüber Ich erstelle zwei Szenarien Einmal mit Tech Beerus Wenn er sich transformiert Oder seinen Rage Modus erlangt Und einmal mit Super Sainsai Vegeta Und das zum Abschluss Uns ansehen Und gucken was die Denn drauf haben Es gibt noch andere Viele Charaktere Die diesen Status annehmen können Eine Runde Eine Runde gegen Beziehungsweise haben wir drei Runden Zeit Um Bardock rauszunehmen AGL Bardock Gucken wir ob wir das schaffen Aber danach bin ich dann auch gespannt Auf Beerus Was der danach drauf haben wird Mein Beerus hat zwei Dupes Mein Rage Vegeta hat Ist auf 100% Das wird insane Das wird insane Aber gut Gucken wir mal Ob sich Thales transformiert Komm Thales Komm Komm Nein Der falsche Oh Das ist nicht gut Das ist nicht gut Wisst ihr warum Der hat nur Level 5 Crit Der hat nichts Und der wird jetzt zwei Runden verschwenden Heißt Wir verlieren gegen Bardock Weil wir müssen den drei Runden rausnehmen GG Dieser Gurkuh kam uns in die Quere Schade Schade Hätte auch Ah Thales hätte sich auch transformieren können Schade Ey schade Also ich meine In jedem anderen Event Wäre es egal Weil wir würden keinen Schaden bekommen Etc Alles gut Aber in dem Event Haben wir leider nur drei Runden Um Bardock zu besiegen Macht nichts Wir müssen ihn hier nicht unbedingt besiegen Thales hat sich leider nicht transformiert Aber Vegeta hat auf jeden Fall gezeigt Diesen Buff Das es auf jeden Fall ausmacht Ich wollte euch nur demonstrieren Auf jeden Fall Dass sie diesen Buff haben Und wie gut sie dann werden Indem sie Addition Attack Triggern können Critz triggern können Und so weiter und so fort Und Wenn er jetzt noch eine Runde In diesem Modus bleibt Dann ist er Dann hat er uns das versaut Dann hat er uns das versaut Aber ich denke Das ist hoffentlich nicht schlimm Ich denke Ihr habt das gesehen Was ich euch zeigen wollte Und dann passt es auch Und Geil wäre Wenn er quasi Die Runde drauf Auf sich ein anderer Thales transformiert Das ist ja der Dream Passiert das Passiert das Das ist ja legit der Dream Schauen wir mal Komm mit sie Der geht weg Kommt einer rein Leider nicht Leider nicht Naja Freunde Anyway Wir haben das dann hier dann verkackt Wir bekommen den nicht Ich Zieh mich mal ganz kurz zurück Erstelle die Szenarien mit Vegeta und Pyrus Weil Oder ich lass mal ganz los laufen Weil wir haben nur 3 Routen Für diesen Aguil-Bardock Wirklich schade Dass ich ausgerechnet Dieser Gurt Unverwandelt hat Der Restal ist erst richtig geil Aber wie gesagt Wir haben eigentlich das gesehen Was wir sehen wollten Deswegen hoffe ich Passt es Ähm Außer 1,1 Millionen Krank 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 Genau Außerhalb davon Bereit ich Ja der hat ihn gestunt Nice Außerhalb davon Bereit ich jetzt gleich Nachdem wir gesehen haben Dass wir dann hier verlieren Weil der Raum sich krümmt Boom GG Verloren Bereit ich mal ganz gut Die Szenarien vor Und dann Sehen wir uns gleich wieder Mit unserem Lord Virus Und Rage Vegeta Alles klar Und ihr seht schon Die Cybermans Werden hier angegriffen Damit unser 30% Kommend Virus Kommt jetzt rein In seinen Rage Modus Und dann sehen wir mal Was unser Boy Jetzt hier drauf hat Da Oh mein Gott Das geile an Virus Ist An diesen Rage Transformation Die haben eigentlich Der startet Ja der hat drei Ultis Freunde Drei Ultis Die letzte ist natürlich Die stärkste Events Damage High Shands to Sun the Enemy Die hat 8 Key Supreme Damage Und die hat 1 Key Also der Ulti Immer macht nur Extreme Damage Also sollen mindestens Auf 8 kommen Ah jetzt guck mal Moment Seine Dupes sind wertig Schaut mal her Oh mein Gott Zwei Dupes hat der Schaut sein angefangen Und der hat die Chance Hier zu kippen Und er wird schnell Text starten Ich bin so gespannt Auf unseren Lord Virus Ich bin so gespannt Leider nicht auf die letzte Ulti Leider nicht Ah schade Schade Ein Kehrte gefehlt Die Sache an den Rage Transformation Oh lol Oh ja Die Sache an den Rage Transformation Ist nämlich Es fällt nur eine Runde an Schade Wir haben leider nicht Die letzte Ulti bekommen Second Attack Komm schon Machen Crit irgendwas Crit nice Perfekt Aber ihr seht schon Das funktioniert genauso Freunde Und dann würde ich sagen Gucken wir uns im letzten Szenario Unseren Rage Vegeta an Alles klar Freunde Wir sind kurz davor In unseren Rage Modus Mit Vegeta zu gehen Fast meine Bulma Nicht an Rage komplett Auch Rage Modus 30% Und drunter Dann aktiviert sich Das Ganze einmalig pro Kampf Wir haben hier natürlich Auch unseren Dupe System Buff Und wir haben hier 40.000 angeführt An der Stelle Drei Ultis ebenso Ab 1 Key macht er immer Extreme Damage Ab 8 Key macht er Supreme Damage Und mit 12 Key Er wird er stark Sein Angriff Und macht er Supreme Damage Bin natürlich echt drauf gespannt Jawohl Das ist die erste Ulti Die erste Ulti Haben wir Haben wir auf jeden Fall Das ist dann die zweite Ob das überhaupt durchkommt Wir wollen hier aber Den Dupe System Buffs Also Vegeta Bei allem Respekt Für Bulma Hau ein Crit Oder ein Additional Attack raus Damit ihr das auch hier Zeigen können Was so ein Buff drauf hat Kein Crit Hör auf Oh Vegeta Bitte Critte doch Sie nehmen natürlich auch Keinen Schaden hier an der Stelle Sehen wir Aber bitte Critten sie Nice 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 Also ihr seht schon Die Buffs Für solche Charaktere Die sich transformieren können Also diese Giant Transformation Nennt man sie Aber das ist natürlich auch Ein Rage Modus Wie gesagt Ich werde eine Liste In die Beschreibung setzen Damit ihr seht Welche Charaktere Überhaupt Diesen Buff Erhalten haben Welche nicht Ansonsten Freunde Wie gesagt Ich hoffe das Ganze Hat euch gefallen Wenn ja Gib den ganzen Ein Like Und wir sehen uns Das nächste Mal Bis zum nächsten 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 Mal Untertitelung des ZDF für funk, 2017